Zuerst war es Byzanz, dann Konstantinopel und schließlich Istanbul, die Hauptstadt dreier Imperien. Sie ist mit 12 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des östlichen Mittelmeergebietes und einer der attraktivsten. Ein angenehmes Klima, die natürliche Schönheit des Bosporus und das lebendige soziale und kulturelle Leben der Stadt machen Istanbul zu einem beliebten Urlaubsziel für ausländische Gäste wie für Türken, die im Ausland leben. Der historische Reichtum Istanbul ist unvergleichlich. Zu empfehlen ist eine Tour durch den Topkapö-Palast, das Zuhause der Sultane über vier Jahrhunderte hinweg, wo Sie den riesengroßen, glänzenden Diamant des Löffelmachers bestaunen können. Tauchen Sie mit einem Rundgang in der Hagia Sophia in die Welt des antiken Christentums ein, die größte der frühen Kathedralen der Welt. Berühren Sie die außergewöhnlichen blauen Kacheln in der Sultan Ahmed Moschee. Blaue Moschee. Wie sie derart kunstvoll verziert hergestellt wurden, ist noch heute ein Rätsel für Experten. Sehen Sie in Ehrfrucht vor der emporsteigenden Kuppel der Süleymaniye Moschee das Masterwerk des größten Architekten des Osmanischen Reiches Mimasna. Nach diesem Unterricht in Geschichte, was ist mit Sport? Istanbul bietet Möglichkeiten. Tennis, Reiten, Segeln und vieles mehr, zum Beispiel Golf, der sich jedes Jahr größer Beliebtheit erfreut. Der älteste Golfplatz Istambuls war einer der am frühesten geplanten Golfplätze in Europa. Obwohl nur 2300 Meter lang, mit neun Löchern, weist er herausfordernde Hindernisse auf und er liegt inmitten der Stadt, wodurch es leicht ist, ihn zu erreichen. Der zweite Golfplatz der Stadt ist ein Part 72-Golfplatz mit einem exquisiten Clubhaus, das so entworfen wurde, dass in ihm sowohl koloniale wie türkische architektonische Stile wiederzufinden sind. Ein weiterer Golfplatz, nicht weit von Stadtzentrum entfernt, ist ein schwieriger Platz mit 18 Löchern in der Nähe byzantinischer Äquidukte. Aber Istanbul ist nicht der einzige Ort in der Türkei, wo man Golf spielen kann. In Antalya, die Hauptstadt der schillernde Mittelmeerküste der Türkei und das Zentrum des bedeutendsten türkischen Urlaubsgebietes, finden Sie ebenfalls Möglichkeiten für den Golfsport. Was den Golfsport betrifft, befindet sich der erste Golfclub der Türkei, der gemäß internationalen Standards errichtet wurde, 40 Minuten östlich von Antalya an der Mittelmeerküste. Gelegen in einem Vogelschutzgebiet und beschattet von Pinien und Eukalyptusbäumen, weist der 6109 Meter, 72 Paar und 18 Löchern Golfplatz Turnierqualität auf. Obwohl voller Überraschungen ist er geeignet für Golfsportler mit jeglichem oder keinem Handicap. Ein anderer Golfplatz in Antalya folgt einer Konzeption, die alle Golfspieler in Bewunderung versetzt. Sein Sand, seine Topografie und seine natürlichen Wasserausspülungen wurden so erhalten, wie die Natur sie hinterlassen hat. Was die von Menschenhand errichteten Bauelemente betrifft, sind die Bunker des 27-Lochplatzes speziell so gestaltet, dass das Regenwasser abfließen kann und sie rasch trocken werden. Ein weiterer Golfplatz in der Region von Antalya mit 18 Failways ist in einem Pinienwald angelegt und wurde so entworfen, dass er in bestmöglicher Weise die natürliche mediterrane Topografie erhält. Es gibt interessante Möglichkeiten zum Golfspielen in der Türkei, in Istanbul und Antalya, wo man seinen Lieblingssport mit Erkundungen der anatolischen, griechischen, römischen und osmanischen Zivilisation kombinieren kann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020